Ich habe mir genug Bier. Wir haben Hopfen, Malz, aber wir haben... Oh, wir brauchen noch eine Brauerei. Also erstmal, um vorzusorgen, kaufen wir bitte Bier ein. Wir dürfen hier nicht den... ...den Bierbereich vernachlässigen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ah, weiter. Ich brauche noch eine Brauerei. Ich brauche noch eine Brauerei. Hier ist es doch im All. Spielstand gespeichert. Ausgerechnet um hier das Bier ausgeht. So, gibt es noch ein gutes, sehr stark ausgeschöpftes... Ne, es ist nur das Bier tatsächlich. Das finden die natürlich alle nicht so cool. Wollen alle Bier haben. Zeitung... Die Ernte fährt ein. Sehr gut. Das sieht alles soweit schön aus. Gut, das Varieté haben wir geschafft und wir haben hier die Weichen gestellt, um hier weiter auszubauen. Wir könnten hier nochmal ein paar Bauernhäuser hinsetzen. Ach ne, hier wollte ich noch eine Schule hinsetzen, ne? I see, I see, I see. Aber wir könnten hier nochmal ein bisschen anlegen. Machen wir hier einfach mal so ein... Warum nicht? Ne, warum nicht? Dem Anschein nach ist das ja die blasseste Form von Mittelmäßigkeit. Und wir könnten jetzt hier einfach nochmal... Ein bisschen Gebüsch reinsetzen. Ein bisschen Gebüsch reinsetzen. Ich tue nicht wirklich viel für die Attraktivität würde ich sagen. Dem Anschein nach ist das ja die blasseste Form von Mittelmäßigkeit. Ach, Haltklappe. Wir warten auf jeden Fall noch bis das Schiff fertig ist. Wir können wieder mal so ein bisschen die Bretter verkaufen. Wir verkaufen. Unser Geld wächst. Ich glaube, ich habe noch nie eine wirtschaftlich so gut aufgestellte andere Runde gespielt. Fehlende Waren auf Rum vor allen Dingen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, kann ich das hier trotzdem schon... Ja, ich kann einfach mal sagen. Hier, ich kaufe Rum mit ein. Und dafür halte ich das erstmal auf 20. Verkaufen. So, ich hoffe, ich habe gerade Bier gekocht. Nicht wirklich, aber ich produziere halt jetzt mehr Bier. Es steigt hoffentlich. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr. Hier wird das neue große Schiff gebaut. Da fallen die auch schon drauf, wenn das fertig ist. Ach, wunderherrlich, dass das alles so gut funktioniert. Wir sind fast bei 2000! Alter! Geldtechnisch geht es uns gerade echt gut! Ja, ich versuche euch Rum einzukaufen. Das wird nämlich noch ein bisschen dauern, bis ich glaube ich die Rumproduktion hinbekomme. Aber wenn das Schiff fertig ist, dann hat das tatsächlich die Expedition zur Aufgabe. Ich hoffe, dass es mir dabei nicht drauf geht. Aber das werden wir dann sehen. Kleidung habe ich genug, Wolle habe ich auch wieder... Oh, ich brauche mehr Kartoffeln. Ich brauche mehr Kartoffeln. 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 Kriege ich hier noch in den Reinen gequetscht? Nee, ne? Ich probiere mal was. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es wäre halt eine coole Stelle irgendwie. Also erstmal brauche ich hier Straße. Nein, nein, nein. So. Dann brauche ich Felder. Perfekt. Schiff vom Stapel gelaufen. Hey, das neue Schiff ist da. Eieieieieieieiei. Guckt euch mal den... Eieieieieiei. Eieieieiei. Das ist ein großer Kahn. Ruder übernehmen. Holy. Holy, 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 holy. Spielstand gespeichert. So. Expedition. Ein guter Kapitän achtet die See. Er fürchtet sie. Ich würde gerne ein Schiff zuweisen. Und zwar die... Prüfkugel. Ähm, wir brauchen... Rationen. Nimm genug Essen mit. Wir brauchen... Kleidung. Das gibt nämlich tatsächlich Heilkunst. Warum auch immer. Das ist die Frage. Äh... Ne, Waffen ist schon mal nicht Jagdglück. Was ist denn Jagdglück? Äh... Tierwelt. Schwein? Ne. Wahrscheinlich dann Pelze später. Hm, was ist... Was ist das hier unten? Wir machen einfach mal... Expedition beginnen, oder? Ich habe keine Ahnung, was das gibt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das gibt. Keinerlei Ahnung. Wir schauen uns das einfach mal an. Ähm... Als Abschluss so für die Aufnahme. Was da raus wird. Was... Wo schippert das Schiff jetzt hin? Ich glaube aus der Karte raus, ne? Das werden wir wahrscheinlich nicht sehen. So... Was kann ich in der Zwischenzeit hier nochmal machen? Ähm... Ich steige empor. Im gleißenden Streitwagen der Götter. Alles klar. Ähm... Also rum haben wir eingekauft gekriegt. Das ist gut. Sonst... Kartoffeltechnisch fehlt es uns immer noch ein bisschen. Wo kommt es denn, dass keiner Kartoffeln hat? Fleischkonserven funktioniert wunderbar. Man braucht eine Konservenfabrik äh... Und am besten dann zweimal Gulasch und dann läuft es. Und dann läuft es. So, es regnet. Mein Schiff macht sich von dannen. Ei! Eine Expedition zugewiesen. Moral 100. Expeditionsmenü öffnen. Ich werde dann mal die alte Seekiste durchblüben. Ich hab halt keine Ahnung was das gibt, ne? Wie lange das dauert. Ich bin sehr gespannt. Schwingt die Fahne der Freiheit! Ähm... Was könnten wir dann jetzt als nächstes angehen? Also ich habe noch ein bisschen was frei hier. Ähm... Ja, eigentlich wär... Bis ans Ende der Welt! Okay... Ähm... Eigentlich wäre die Rumbrennerei jetzt noch eine Sache. Aber... Ähm... Die kann ich glaube ich hier gar nicht bauen. Das braucht nicht beides diese... Ionaleros. Was auch immer das... Das müsste ja irgendwas in der Karibik wahrscheinlich sein. Wir können noch mal ein bisschen aufsteigen lassen, dass wir die... Die restlichen Gebäude noch kriegen. Ich kaufe rum ein und alles andere habe ich genug. Das Bier fehlt noch ein bisschen, aber da bin ich ja auch am... Seht ihr? Jetzt werden nämlich neue Gebäude freigeschaltet. Und ich kann mich um... Pelsmäntel kümmern. Die Uni sehe ich da schon mal. Ein Museum! Sehr schön! Das wird wichtig. Da brauchen wir nur noch drei Glas. Wie groß ist das Ding? Das können wir hier übrigens hinsetzen. Wunderbar! Das werde ich glaube ich auch hier hinsetzen. Vielleicht auch hier. Ich eins hier, eins hier. Also ich brauche davon mehrere. Definitiv. Also hier hätten wir die beste Auslastung für die... Handwerker. Aber es reicht auch so noch um alle Handwerker zu holen. Mir fehlen nur noch zwei Glas. Deswegen lasse ich das gerade mal offen. Kostet auch direkt 10.000. Ein Glas noch! Da haben wir sogar gleich noch einen Schritt geschafft. Ich sehe schon... Komm ich suchte mich irgendwann an andern noch mal richtig fest... Spielstand gespeichert. So komm schon. Letztes Glas. Mach hinne! Ich sehe da gerade keinen... Kein... Ah doch da... Da holt vielleicht einer gerade ab. Ich weiß es nicht. Steht auf jeden Fall einer gerade... Jaaa... Plus ein Glas. Und... Es ist... Im... Jetzt ist es im Lager. Und sofort haben wir einen... Für Gesundheitsversorgung. Schönes Krankenhaus. So das heißt auch, dass die hier prädestiniert sind alle noch aufzusteigen mit der Zeit. Ähm... Pelsmäntel. Wie funktioniert denn das? Baumwollplantage. Bau nur in der neuen Welt. Oha. Genauso die Baumwollweberei. Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir... Das nicht. Doch... Verschwenden sie nicht anderer Leids Zeit. Du verschwendest meine Zeit. Ich habe keine Kriegsschiffe. Wir können es zunächst anfangen in der neuen Welt zu bauen tatsächlich. Ich bin gespannt. Wollen wir was von unserer Expedition hören? Zeit den 6 händen zu entstauben. Was? Zehn brauchte er, glaube ich. Das ist eine Bürgeraufgabe. Jeden Tag eine gute Tat? Eine Bauaufgabe? Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber ich habe da eine Bitte. Einen Zeitungsstand. Den soll ich ja haben. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Moderner Gülle Silo. Haben wir gerade bekommen. Kann ich glaube ich... Hafenmeisterei hatte ich doch hier irgendwo, oder? Ja. Moderner Gülle Silo. Beinfluss Schweinezucht. Wasenmeisterei, Siederei und Metzgerei. Minus 75% negative Attraktivität. Das mache ich gerne. Kann ich eigentlich deren Einfluss irgendwie steigern, dass die im weiteren Bereich sind? Also hier habe ich jetzt einiges drin. Das müsste ja eigentlich deren... Eine einmalige Reise. Einmal... Und nie wieder. Ach, als Maul. Die gehen mir ein bisschen auf den Nerven. Ich muss dringend... Ich muss dringend mehr... Stahl produzieren. Also ich brauche mal ein weiteres Stahlwerk. Da komme ich nicht mehr drum herum. Ähm... Weiteren Hofofen brauche ich. Also ich muss mal kurz gucken. Das Stahlwerk braucht relativ viel Platz. Das könnte ich so hinsetzen. Das heißt, ich kann... Das wunderbar hier unten hinsetzen. Das geht. Ja, es tut mir leid. Aber da komme ich nicht drum herum um die Umweltverschmutzung. Ich brauche mehr... Mehr Stahl. Mehr Eisen. Tag 6. Das dauert nicht mehr so lange. Ich komme hier nicht mit Zweifeln. Ich habe vollstes Vertrauen in die alten Seebären. Da wird schon was Gutes bei rauskommen. So... Pelz können wir also noch nicht richtig angehen. Und Rum können wir noch nicht richtig angehen. Alles andere haben wir relativ gut. Wir könnten natürlich noch auf ein zweites Hospital schon mal hinarbeiten. Das wird natürlich teuer. Und bringt uns ansonsten nicht so viel weiter. Außer es ist natürlich eventuelle Epidemien oder sowas direkt einschränkt. Wie sieht mein Bier denn aus? Ich komme beim Bier nicht voran. Ähm... Müssen die Leute halt mehr Schnaps trinken, könnte man jetzt sagen. Aber... Was sagt denn Hopfen und... Ah, Hopfen nimmt ab. Das heißt, ich muss meine Hopfenproduktion erhöhen. Dafür brauche ich mehr Burger. Spielstand gespeichert. Machen wir einfach jetzt mal so. Und dann setzen wir hier noch ein Häuschen hin. Und hier setzen wir auch noch ein paar Häuschen hin. Was wir hier nämlich ein paar mehr Arbeitskräfte kriegen. Ähm... Und mit den Arbeitskräften... Kann ich jetzt nämlich nochmal Hopfenplantagen bauen. Wenn ich mehr Hopfenplantagen habe, erhoffe ich mir dadurch, dass ich... mehr auf Vorrat haben kann. Ähm... Jetzt ist die Frage, wo bauen wir den Weg am schlausten. So... Ach, da braucht noch ein Lagerhaus in der Nähe. Dann kann ich eigentlich... Ähm... Warte mal, wir machen das mal... Ich brauche ein Lagerhaus. Infrastruktur. Das setzen wir mal mehr nach hinten. Tatsächlich. Ähm... Jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier eine Wegverbindung zum Hafen hinbekomme. Äh... Nein. So... Von da gehst du dann hier ran. Und dann kannst du nämlich sagen... Nein. Das hier nehmen wir nämlich jetzt weg. Ja, ich weiß, euch fehlen noch die Felder. Ich bin hier dabei. So... Ein Hof ohne Felder. Dass sie nicht einfach mal die Klappe halten können. Schlimm. So... Und jetzt haben wir hier nämlich nochmal eine... weitere Versorgung damit. Wie sieht denn hier... Oh, wir können... Wir können... Auch einfach mal... auf unsere Handelsgruppen gehen. Alle stehen bereit. Ja... Geht sofort los. Entladen wir mal die doppelte Menge. Und laden auch mal die doppelte Menge. So... Annehmen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Da draußen sind wilde Bestien. Abblätternde Farbe und goldene Tinte. Diese Karte könnte sie nach Eldorado führen. Eifrig wispern die Seeleute und träumen von Reichtum. Die Karte ist die vielversprechendste Spur zur prächtigen goldenen Stadt, die sie je gesehen haben. Die Karte ist kein Einzelstück. Mehrere Expeditionsmannschaften sind ihr bereits gefolgt. Doch jede dieser Reisenden endete fängnisvoll. Kann ihre Mannschaft sich gegen die Herausforderung auf der Karte der Maja behaupten? Ähm... Die Risiken überwiegen die Belohnung. Die Karte ignorieren. Ähm... Wird darüber nicht glücklich sein. Aber wenn sie sich Anzeichen vorbereitet fühlen... Ähm... Mit den Anzeichen vorbereitet. Dieses Unterfangen gleicht am Glücksspiel. So... Können sie nicht mehr anbieten? Also ich kann ein bisschen Fisch anbieten. Ich kann Kleidung... Scheiße, ich hab nicht genug dabei. Selbst wenn ich alles anbiete... Oh... Scheiße. Das wusste ich halt nicht. Mir wird ja nichts gesagt. Gehe ich ein Glücksspiel ein? Oder... Sind ja... Sind ja... Sind sie auch die Ungewissheiten? Natürlich. Aber sind sie Ängste? Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ähm... Heben sie die Moral der Mannschaft mit zusätzlichen Rationen? Expeditionen. Expeditionen. Fortsetzen. Ich guck mal was das bringt. Ähm... Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich... Ja gut, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ich da irgendwas zum Handeln brauchte... Hätte ich ja was mitgegeben, weißt du? Ähm... Vielleicht sollte ich die... Die Expedition auch... Warte mal... Ich... Lassen sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Ja, beim... Beim nächsten Mal, wenn ich da nicht direkt bauen kann, hole ich sie zurück. Gespeichert. Und dann schicke ich die mit deutlich mehr Sachen zum Handeln los. Das kann ja keiner ahnen. So... Aber... Ich würde tatsächlich jetzt mal sagen... Ich... Ich wollte eigentlich schon vor 20 Minuten Schluss machen. Ähm... Dass wir... Uns das mit der Expedition in der nächsten Folge nochmal besser ansehen. Guckt mal auf unser Geld, ey. Uns geht's echt gut. Ähm... Und dann auch rausfinden, wie wir die neue Welt besiedeln können. Da bin ich jetzt ein bisschen Hype drauf. Ähm... Aber ich muss noch schneiden und ich möchte gerne heute, äh... Ohne Ausfall die Folgen weiter bringen können. Von daher, danke fürs Zusehen. Ich glaube, wir machen gute, gute Fortschritte bei Anno. Und, äh... Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn's heißt. Let's Play Anno. Ich freu mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!